Auf geht's! Ab durchs Autobahnkreuz! Ich hab keine Ahnung. Nach vorn ist die Idee, so kannst du schon mal sichern. Schön offenes Feld, saugeil hier. Ja, mit links und rechts kann auch wieder Spieler sein, das wird wieder... Mhm. Auf hauptsache sowas. Dann tue ich erstmal nix. Ja, dann tust du nix, wenn dann siehst du sie wollen. Naja. Hier kurz Ausdauer regenerieren. Ja, gute Idee. Bereit? Nein, Hälfte. Muss reichen, hopp auf jetzt, wir dürfen nicht so viel Zeit verschwenden. Ausdauer ist null. Kann nicht mehr. Wir haben's gleich geschafft. Ich weiß. Da vorne ist einer. Da ist ein Gebäude rein. Genau da, wo gerade geschossen wurde, neben uns im Eingang. Ja, ich hab ihn gesehen. Nachdruck aufpassen, ne. Der ist hoch gerannt. Der ist hinter uns auch. Der ist bestimmt mit nem Arsch an der Wand. Jetzt hab ich ne gute Position. So. Noch n ticken weiter gehen hier. Achso. Ich will weg ein bisschen von dem Dings hier. Na, ich hab nur weiten Abstand. Ja. Hier ist okay. Können wir jetzt erstmal ein bisschen aushauen. Sitzst du zwischen den Zelten, oder? Ja. Achso. Hier hab ich einen guten Blick. Ich hoffe, dass keiner von hinten kommt. Jedenfalls nicht angeschlichen. Bei dem müsstest du ja hören. Ja. 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 Dann Essers Western möchte nur dem jaumen zum Lachen. Totenstille. Wir müssen auch zu Emma kommen. Wir haben nicht den Schienen-Exit. Emma kommen müsste, ja, müsste hier gegenüber rechts sein, ne? Auf der anderen Seite, ja. Loch im Zaun. Peng, peng. Ist weit weg. Das ist weit weg. Das ist weit weg. Passwort. Herr, das ist weit weg. Obwohl sie das weg. K miele, das ist weit weg. Das ist voll weg. da läuft was über uns oder was war das gerade was laufen über uns glaube ich ja ich würde sagen hier kommt keiner mehr wo wollen wir hin ich höre ein skeff aber der ist über uns glaube ich draußen sind hier ich habe das mündungsfeuer gesehen ich habe es ganz klar ist die helle mündungsfeuer gesehen da links ist safe jetzt ist das schluss schießen wieder rechts ja Das war's für heute. Das war's für heute. Da läuft einer, hörst du ihn? Hinter mir an der Wand. Ich hab Stacheldraht gehört und dann ist einer weggelaufen. Witzig, du sitzt eigentlich nur drei Meter von mir weg. Der Stacheldraht, nee, das kann oben gewesen sein. Der wird oben die Treppe irgendwo so runtergenommen sein. Da liegt der Stacheldraht, glaube ich. Mir war so. Also, vorbeikommen tut dir keiner. Das war auch nett. Ja. Hier, probieren wir's mal. Ja, hab ich mir auch gedacht. Da bin ich grad erschrocken. Ich dachte, du guckst jetzt um die Ecke und ich krieg erst mal Dauerfeuer ins Gesicht. Und schulden setzen wir wieder her. Hier sieht's gut aus. Noch. Geh mal. Willst du nach oben? Ja. So, eben grad hab ich der Stacheldraht gehört. Da ist einer rausgelaufen. Ich weiß nicht, ob der da schon escapen wollte, oder was weiß ich. So sehr. Ich hasse es so sehr. Du hast null sich. Null Peil. Ich weiß nicht, ob der da kommt. Ah, ist der Kasse. Ja, äh. Ich hab mir auch grad gedacht, was willst du auf dem Klo? So, ich muss jetzt rechts und dann direkt in den Trent rein. Oh Gott. Deine Mission machen überhaupt keinen Spaß, hab ich dir schon mal erwähnt. Ja, keine Sorge, du musst die auch noch machen. Jepi. Ich weiß ja dann, wie es geht, ne? Richtig. Ich weiß ja dann schon mal, wie beschissen das hier wird. Ich hab mir kurz die Tasche auf. Kein Problem, lass dir Zeit, du willst mich verarschen. Hier liegen Birnen und gutes Zeug dran. Abfüllter. Mach schneller. Wo bist du? Vorne an der Wand. Sehr gut, bin dran. Guck mal kurz nach hinten, sieht klar aus. So, erster Laden. Jepi. Hier ist auch nix, ich weiß, ich hab schon geguckt. Doch, die Kasse. Schauen wir die Kasse auf, ist ja nicht laut. 1000 Euro, ich bin reich. 1600 Euro. Oh je, ich stelle da. Hier. Sehr gut, so heißt keiner, dass wir hier dran sind. Ja. Holz. Ja. Ja. Ich werde gleich nirgendwo, ich muss irgendeine Ecke erschossen, wo ich nebenbei reichne. So, in den ganzen Winkeln. Kannst du dich voll erwischen, sonst kommst du noch weg. Jetzt kommt ne beschissene Stelle. Ich sehe hier nur beschissene Stelle. Nein, ich rede jetzt von ne ganz beschissene. Meere Ebenen. Oh geil. Okay. Erzähl das, danke. So. Jetzt gehen wir hier hinten raus. Musst du die entdecken, oder was? Ja, ich muss nur durchlaufen. Das hörte sich nah an. Hey, hier waren wir vorhin. Ja, genau. Ja, genau. ich glaub ich hab was gehört ich bin mir aber nicht sicher noch einladen sehr schön fertig ja klar ist ja auch so easy hier als ob dieses spiel hier irgendwas schenkt ich glaube ich höre hier rechts was rechts neben uns habe ich irgendein paar schritte gehört ich glaube jedenfalls dass es das war hier stehen wir erst mal ganz gut relativ muss gerade gucken aufgaben ja ich muss nur noch entkommen und wenn wir jetzt hier langlaufen da langlaufen kommen wir direkt beim sekunde ich muss jetzt die map wieder switchen ja ach wir stehen ja alles gut direkt beim ollie raus und dann können wir beim ollie raus zu ende kommen ja gute idee klingt nach dem plan ist auch eine gute zeit dafür rauszukommen ist noch nicht 27 schnell werden schon weg sein und wir kommen hoffentlich in einem luftloch wo keiner ist ja die stelle kann ich hier wurde schon mal erschossen sauber war hier noch nicht so oft ich weiß nix verpasst nö bange schießen schießt er auf dich das gef war das naja das weiß ich haben gehört sehr gut das hält was ich wie die pest wenn ich irgendwas hat geschossen ich habe mir gerade den kugeln vorbeigeflogen ich weiß nicht mal wo ich kann es dir auch nicht sagen sonst hätte ich sie nichts gehört ich habe einen suchen gehört das heißt es wird mit schaltdämpfer geschossen gehen jetzt dahin wo wir es kennen hier wo bei die k batteries und dann kennst du ja auch den weg raus hier sind wir sicher jedenfalls von der position her ich ziehe rechts höher meine türen sind offen wo bist du da hast du da noch was gefunden ich habe den werkzeugkasten durchsucht ich mache den werkzeugkasten auch ein paar muttern drin das war's muss reichen ich habe ein gaspokal pokal popan tank gefunden in dem einen links schon ganz glücklich drüber ich habe nicht gesehen ich habe auch geschossen weiß nicht ob ich den krieger egal ich habe auch ein schuss abgegeben alles klar munition wieder fit wenn wir den noch gluten könnt ihr die kiste ist nix wie schaut's hier rum nix dabei den helmen mit und den ganzen scheiß bist du jetzt wird es immer spannend genau guck mal ein bisschen hoch auf den hügel und guck noch mal nach hinten ich weiß nicht dass uns einer in den arsch schießt da hinten sieht es erstmal ganz gut aus ich weiß nicht dass mir einer in den kopf schießt ich schmeiße eine granate hin ich laufe ich extracte mir fehlt die aussah zum extrakt jetzt komme ich nach raus ich hoffe dass ich damit durchkomme 3 2 1 und ich bin auch weg wunderbar es ist einfach ein phänomen wie gut wir immer durchkommen ohne feindberührung es bleibt